Moin Moin ihr Lieben und ich muss euch leider sagen, dass der liebe Rouge noch immer krank ist, was bedeutet, dass ich heute Abend keinen Livestream machen werde. Ich bin einfach gesundheitlich noch nicht in der Lage dazu und... Entschuldigung. Und ich hoffe, dass ihr nicht zu traurig seid oder zu sauer seid, dass es heute Abend keinen Livestream gibt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch zu erinnern, am 26.09. von 12 bis 14 Uhr und am 28.09. von 21.15 Uhr an. Machen wir meinen Abo- und Geburtstags-Special-Stream. Geburtstag ist der 26. selbst, am 28. machen wir es abends für den Nachholer, für die, die am Samstagmittag nicht können, weil mich einfach zu viele Leute gefragt haben, ob ich nicht lieber abends oder lieber morgens machen würde und ich kann nicht den ganzen Tag streamen. Das kriege ich nicht hin. Von daher, ihr habt da die Chance, an beiden Streams dabei zu sein. Es gibt im Grunde ähnliche bis gleiche Sachen. Die, die bei beiden dabei sind, haben halt doppelte Chancen. Das ist dann so, ja. Und den Stream von heute, den ausgefallen, versuche ich diese Woche Freitag nachzuholen. Also ich hoffe einfach, dass ich bis Freitag wieder so fit bin, dass ich am Freitagabend streamen kann. Aber das kann ich mit Gewissheit noch nicht sagen. Es ist halt, wie es ist. Man kann nichts dagegen tun. Da muss ich durch. Und ansonsten, als kleine Entschädigung für heute Abend, könnt ihr mal unter die Kommentare schreiben, Hashtag Kiste. Und damit habt ihr die Chance, eine Überraschungskiste zu gewinnen, die ich im nächsten Stream dann ausrollen werde. Und vergesst nicht, euren Ingame-Namen und euer City-Bild dazu zu schreiben. Seid bitte nicht zu traurig, wie gesagt. Freitag versuche ich es nachzuholen. Ansonsten kommen bald Abo- und Geburtstags-Special-Stream mit ganz vielen tollen Gewinnen und besonderen signierten Items, die es nur an diesen beiden Streams geben wird. Und, ja, schaltet ein und sagt meinen Freunden Bescheid. Ja, dann bis neulich. Ich lege mich wieder hin. Ciao. Bis zum nächsten Mal.